Hallo Leute, mein Name ist Julius und heute war ich das erste Video mit der neuen Kamera. Ich denke mal, schon an der Videoqualität sieht man, dass es eine neue Webcam ist. Und mit der neuen Webcam-Software kann ich jetzt auch mit den neuen Mikrofon Videos machen. Und ich habe mit diesem Headset immer noch beide Qualitäten besser in einem Video als auch Audio. Und meine Eltern haben uns hingeschmissen. Aber ich werde jetzt nicht normal anfangen. Ich habe zum fünften Ei. Und ja, wie ihr heute unten seht, ist es hier. Ja, das ist mein Hund. Und hier auch die Farben. Diese Kamera. Ich meine, diese Fernbedienung. Ja. Ja, muss ich ein bisschen sagen. Wie ihr euch schon gerade bestimmt gemerkt habt, ist das vom Ohr zu Ohr flüstern. Und ja, hier habe ich die ganzen Farben zum Auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Rot nehmen würde. Hier ist Rot. Dann muss ich kurz den Bluetooth-Verbindungsteil. Einen Moment. Hier. Und dann habe ich Rot. Dann sagen wir mal, ich will Grün haben. Dann nehme ich hier. Grün. Blau. Weiß. Heute. Also nehmen wir mal Blau. Ich glaube, was zu diesem Video heute. Ähm. Denn in diesem Video werde ich mit Rasierschaum arbeiten. Hier. Ich stelle mich kurz weg. Das ist der Rasierschaum. Und ja, ich denke, man muss sie noch vorher schütteln. Also. Und ja, ich denke, man muss sie noch vorher schütteln. Ich schütteln. Jetzt bin ich wirklich nicht so schnell. Ja, ich glaube, man muss es verrückt. Und ich denke, hier geht das nochmal ein bisschen was. Da ist ja, ich denke, jetzt kann ich nicht so schnell. Ich denke, ich denke, die in diesem Video habe die in meine Hand friends, Dettaue mich nicht so schnell. Und ja, sie riecht auch schon gut, also der Schaum riecht schon gut, das ist der von hier wäre ein Extensitif Rasierschaum, Rasierschaum, ja, zeige mal kurz in die Kamera, und ja, lasst uns hier mal kurz benutzen, und ja, das war hier, was da auch immer wieder hier. Oh, looks quite awesome. Die Kamera. Like a snow. Es ist gut, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht das Mikrofon voll machen. Ich will jetzt mal gucken. So, wie kann man die Sofieren? Oh oh, es ist etwas zu was mir von oben gekommen. So, ich werde das mal mitmachen. So, ich habe es zu verlebt. Ich werde jetzt das Blöde fest machen. Ich versuche ein Video zu machen, aber ich habe keine Idee sein, worüber ich jetzt mal reden sollte. Aber könnte etwas interessanter sein. Moment, ich habe eine gute Idee, aber keine gute Idee. Lassen, lassen. Mir ist aber eingefallen, dass ich gar nicht weiß, wie ich das Video jetzt stoppen soll. Weil ich müsste ja auf meine Mausbeide legen. Und das geht ja nicht. Weil... Ja, weil... Deswegen. Ich möchte das nicht mal nach dem Dumpen voll machen. Das mit rein. Okay Tau. Ja, damit... Und weil ihr wissen wollt, was das krumme Hintergrund ist, es ist immer noch mein Laptop. Und die Idee hier für das Video habe ich von L.A. als immer Requests und ja, ich fand diese Geräusche von mir super cool, nur dass ich weiß, dass meins wirklich ruhiger ist und auch noch bessere Qualität in mir, es sah ein bisschen billig aus, aber no offense. Vielen Dank. Ich glaube, ich werde jetzt mein Headset vom Kopf schütteln, es wieder überlaufen lassen, das am Ende kacken. Und dann, ja, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich mache mal kurz das Mikrofon sauber. Ich kippe das an, ich kann es aus. Ich kippe das. Ich denke, ich würde es mal ein bisschen lauter sehen. Weil ich stoppe das Video einfach mal hier. Und falls euch zum Beispiel diese Geräusche gefallen, die es aufpassen wird. Oder einfach nur so hier. Dann lasst euch das in den Kommentaren wissen. Also, ich würde sagen, ich hoffe das Video hat dir gefallen. Und ja, ich bin auch. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.